Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Teil 3 vom Protestantismus zum Katholizismus. Die Gemeinde an sich ist wichtig und man würde auch jemanden kritisieren, der nicht in eine Gemeinde geht oder sich nicht bemüht, Gemeinschaft zu haben. Aber dennoch ist jeder in der Gemeinde, auch der Pastor, dem Wort Gottes, also der Bibel, in diesem Falle für den Protestanten, weil er lehnt ja eben eine mündliche Tradition ab. Für ihn ist die Schrift die endgültige Autorität in der Gemeinde. Man weist dann auch darauf hin, dass die Apostel Autorität hatten, aber ihre Autorität fortgesetzt wird in den Schriften. Diese Sichtweise wurde auch mir schon recht früh vermittelt, nämlich 2016, als ich zum Glauben gefunden habe, ohne jedoch, dass mir bewusst war, dass es auch eine alternative Ansicht gibt, nämlich die der apostolischen Sukzession oder in anderen Worten der apostolischen Nachfolge. Die apostolische Sukzession ist erstmal an sich nicht schwer zu verstehen. Es geht einfach um eine bestimmte Nachfolge, verbunden mit einer Aussendung. Jesus Christus zum Beispiel ist der Gesandte vom Vater. Der Heilige Geist wird hinausgesandt vom Vater und vom Sohn. Die Apostel wurden hinausgeschickt von Jesus Christus. Sie wurden beauftragt, ihn zu vertreten. Die Apostel nennen sich auch Stellvertreter Christi. Sie haben auch bestimmte Männer eingesetzt, zum Beispiel ein Titus oder ein Timotheus. Und diese wiederum sollten andere Männer einsetzen. Und so führt sich diese Nachfolge bzw. Sukzession. Diese Sukzession ist somit auch eine Autoritätsfrage. Wer hat das Recht, das Wort Gottes verbindlich auszulegen für die Gläubigen und auch ihr Gewissen zu binden an bestimmte Lehren? Kann einfach jeder daherkommen mit der Schrift und sozusagen eine Gemeinde gründen oder Dinge aus der Bibel lehren? Oder muss er eingesetzt werden von jemand anderem, um eben in ein Amt hineinzutreten und die Gläubigen zu führen? Hier sollte auch gesagt werden, dass die Sukzession an sich erstmal nicht etwas rein Katholisches ist. Auch andere apostolische Kirchen, wie auch zum Beispiel die orthodoxe Kirche, glaubt an eine Sukzession. Und sogar auch manche Protestanten glauben an eine apostolische Sukzession. Wir könnten auch folgende Fragestellungen benutzen für meine Präsentation. Und zwar wird die apostolische Autorität, also die Autorität der Apostel, wird sie allein in den Schriften fortgeführt oder in der apostolischen Sukzession? Diese Gegenüberstellung sollte jedoch nicht so verstanden werden, dass die apostolische Sukzession im Kontrast zur Heiligen Schrift ist. Darum geht es nicht. Es geht mehr darum, um dieses Prinzip von Sola Scriptura, nämlich die Schrift allein als die endgültige Autorität, zu vergleichen mit dem Prinzip der apostolischen Sukzession. Und damit ist wiederum verbunden die Autoritätsfrage der Kirche. Hier will ich uns wieder an meinen Leitvers erinnern, in dieser ganzen Thematik, nämlich Sprüche 18, Vers 17. Recht hat, wer als der Erste in einer Streitsache auftritt. Wenn dann aber der andere kommt, so widerlegt er ihn. Und so war ich jahrelang davon überzeugt, dass die Autorität der Apostel in ihren Schriften fortgeführt wird. Und nun ich als Gläubiger habe ihre Schriften zu lesen und dann auch mein Leben danach auszurichten. Natürlich, ich habe dann auch die Schriften auszulegen, die Schriften zu interpretieren. Ich muss sie richtig verstehen. Und je nachdem, wie ich sie auch verstehe, werde ich in eine bestimmte Gemeinde gehen. Aber auch mit dem Ziel und Zweck natürlich, mich in dieser Gemeinde unterzuordnen, mich reinzubringen und so weiter. Aber dennoch, endgültige Autorität, darf man nicht vergessen, bleibt allein die Schrift. Und nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht irgendjemand in der Gemeinde, sondern die Schrift allein. Das führt dann dazu, wenn man etwas anders sieht und nicht mehr bereit ist, mit dem Pastor mitzugehen oder mit den Ältesten, dann kann man auch die Gemeinde wechseln. Problematisch wurde es dann für mich, als ich mir die Frage gestellt habe, ob das wirklich Gott für mich so möchte. Habe ich dann das Recht, einfach zu gehen oder auch meine eigene kleine Hausgemeinde zu gründen oder mir einfach eine neue Gemeinde zu suchen. Viele haben das getan und das führt dann dazu, dass du verschiedene Denominationen hast. Dies kann dann sogar so weit gehen, dass du selbst unter Baptisten, ich nehme sie jetzt mal als Beispiel, weil ich ehemaliger Baptist bin, verschiedene baptistische Gruppierungen hast. So führt dann Sola Scriptura dazu, dass einzelne Personen, die die Schrift benutzen als endgültige und höchste Autorität, ihren eigenen Weg gehen. Entweder als Gemeinde oder eine Gruppe aus der Gemeinde, die in dieser Meinung eins ist, oder eine ganze Denomination einen bestimmten Weg geht, mit der Gefahr halt, dass Teilgemeinden, die in einem Bund sind, ihn dann verlassen. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen seit der Reformation, dann sehen wir auch, dass es so stattgefunden hat. Also du hast hier oben das katholische Christentum und dann eben die Gruppen, die entstanden sind aus der Reformation. Desto weiter runter man geht, desto mehr Gruppen entstehen und bis zu dem heutigen Tag haben wir dann auch andere Gruppierungen. Und so habe ich mir die Frage gestellt, Elmas, wirst du die Schrift immer richtig verstehen? Ja, man bemüht sich, die Bibel richtig zu verstehen, sie richtig zu lesen, sie richtig auszulegen, aber dennoch, ich bin nicht die Weisheit in Person. Bibelauslegung an sich, saubere Exegese und alles, was damit verbunden ist, kann sehr kompliziert sein. Das heißt, wer garantiert eigentlich, dass ich immer alles richtig verstehen werde? Und wer garantiert mir eigentlich, dass mein Pastor oder meine Ältesten immer alles richtig verstehen werden und nicht selbst vielleicht von einer Tradition geprägt sind, für die sie auch blind geworden sind? Der Unterschied zur apostolischen Sukzession wäre nun dieser, dass ich von Gott eingesetzte Führer habe, die die Autorität haben, von Christus die Schrift auszulegen, die Kirche zu führen und die die Garantie haben, dass der Heilige Geist mit ihnen dabei ist und sie führt. Und somit, wenn ich mich diesen Führern widersetze, dann widersetze ich mich in diesem Moment Gott persönlich. Hier muss natürlich vorausgesetzt werden, dass diese Kirche dann und diese Männer auch wirklich diese Autorität haben. Aber dies kann man dann natürlich auch belegen und beweisen. Das heißt, es ist kein blinder Gehorsam, aber wenn du, wie es auch bei mir der Fall war, davon überzeugt wirst, es gibt eine apostolische Nachfolge, es gibt eine Weitergebung und Weiterführung von Autorität und wenn ich mich nun dieser widersetze, widersetze ich mich Gott, das ändert einfach nochmal alles. Dann ist es nicht mehr eine Sache von, ich sehe es anders in der Bibel als du oder wir als Gemeinde oder Teil der Gemeinde sehen es anders als der Rest der Gemeinde, wir gehen nun unseren Weg. Nein, darum geht es dann gar nicht mehr, sondern es geht darum, dass ich mich der von Gott eingesetzten Autorität widersetze. Um das vielleicht besser zu verdeutlichen, will ich euch an Korach und seine Sippe erinnern. Sie hatten sich gegen Mose aufgelehnt. Wer war Mose? Mose war der von Gott eingesetzte Führer und er hatte eine höhere Stellung als die anderen. Warum? Weil Gott ihn eingesetzt hat. Die Konsequenz für diesen Ungehorsam war, dass Korach und seine Sippe lebendig in die Erde gefahren sind. Ekklesiologie ist also die Lehre von der Kirche und mir geht es heute explizit um diese Autoritätsfrage in der Kirche. Wann beginnt Autorität? Wird sie weitergeführt? Und was bedeutet das für mich als einzelnen Gläubigen? Wenn wir in die Bibel schauen, dann werden wir feststellen, Autorität beginnt erstmal bei einer Person und das ist Gott. Gott überträgt Autorität. Autorität wird nicht von einer geringeren Person oder einem Laien auf jemanden übertragen, der höher gestellt ist. Nein, Autorität wird immer von dem Höheren auf den Geringeren weitergegeben. Wenn also Matthew Barrett auf Seite 23 seines Buches Gottes Wort allein schreibt, Sola Scriptura bedeutet, dass nur die Schrift, weil sie Gottes inspiriertes Wort ist, unsere unfehlbare, ausreichende und endgültige Autorität für die Gemeinde ist, dann setzt er hier voraus, dass die Autorität, die endgültige Autorität, die die Apostel damals hatten, einfach in den Schriften fortgeführt wird. Und er hat Recht, die Schrift hat Autorität. Aber wurde die Schrift mit dem Ziel und Zweck gegeben, als endgültige Autorität zu fungieren? Da müssen wir ablehnen als Katholiken. Denn wenn Gott Apostel dazu bestimmt hat und eingesetzt hat und ihnen von seiner Autorität gegeben hat und sie nun diese Autorität weitergeben und diese Autorität weitergeführt wird und diese Männer auch diese Autorität haben, das Wort Gottes wirklich verbindlich auszulegen, dann kann ich nicht mehr daherkommen und sagen, die Schrift allein ist die endgültige Autorität, weil wir auch nun wissen, die Schrift allein kann sich nicht durchsetzen. Es braucht also so oder so Männer, die fähig sind, die Schriften auszulegen, um auch ihre Autorität durchzusetzen. Wie ich jedoch vorhin gezeigt habe, wird es aber nach diesem Sola Scriptura Prinzip immer dazu führen, dass Leute nicht miteinander in Übereinstimmung sind und ihre eigenen Wege gehen. Und vorhin habe ich noch von Kleinigkeiten geredet. Was machen wir mit diesen Männern, die aus der Bibel wirklich Irrlehren herausinterpretieren? Zum Beispiel, dass Jesus nicht Gott ist, dass die Trinität nicht existiert. Was machen wir mit ihnen? Sie werden sich auch auf die Schrift beziehen als endgültige Autorität und so habe ich für mich festgestellt, und das will ich euch heute einfach vermitteln, dass das so nicht funktioniert und dass Gott sich das auch so nicht vorgestellt hat. Autorität wird immer übertragen und Autorität muss man durchsetzen können. Und ich wiederhole nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Hier geht es nicht darum, die Schrift in Kontrast zu stellen mit der apostolischen Nachfolge. Entweder wir glauben der Bibel oder wir glauben nur irgendwelchen Männern blind. Das ist nicht, um was es geht. Wer hat das Recht? Wer ist die endgültige Autorität, um für mich als Gläubigen Lehren verbindlich zu definieren? Denn du oder ich sind nicht das Maß aller Dinge. Die Kirche Jesu ist schon seit über 2000 Jahren da, um überhaupt bei den ganzen Kontroversen, die in der Kirchengeschichte waren, überhaupt mitzugehen, müsste man jahrelang studieren. Wenn nun aber ich nach diesem Prinzip, dass die Schrift allein meine endgültige Autorität ist, fungiere und ich dann eben die Schriften auslegen muss, dann gibt es keine Garantie dafür, dass ich alles richtig verstehen werde. Wie gesagt, der eine oder andere wird sich unterordnen, dem Pastor, der Gemeinde oder einer Gruppe in der Gemeinde, die in eine bestimmte Lehrrichtung eingehen, die anderen nicht. Die Folgen, die einfach dann vorprogrammiert sind, sind Spaltungen. Und das ist Sünde. Dies sollte auch nicht so verstanden werden, dass es in der Kirche an sich, also in der katholischen Kirche, nie Kontroversen geben wird, nie Uneinheit geben wird oder Streitfragen geben wird. Das ist auch logisch, denn Streitereien sehen wir ja schon unter den Aposteln. Auch im Ate, ich habe vorhin Korach und seine Sippe erwähnt. Oder auch zu Zeiten Jesu, einen Judas, der Teil der Zwölf ist und sein Amt missbraucht. Einen Petrus, der den Herrn verleugnet und später auch rumheuchelt. Leute, die aus der Kirche abfallen. Denn wenn es Autorität gibt, dann wird man sich auch dieser Autorität widersetzen. Paulus muss zum Beispiel an die Gläubigen schreiben im Römerbrief bezüglich der Obrigkeit, dass sie sich ihnen unterordnen sollen. Die Israeliten in der Wüste sollten sich Mose unterordnen. Die Zwölfer Postel sollten sich Jesus unterordnen. Die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Die Frau soll sich den Manne unterordnen. Wird es Fälle geben, wo Menschen sich nicht unterordnen? Ja. Das wiederum widerlegt eine bestimmte Autorität nicht, sondern bestätigt sie sogar. Es geht also nicht um die Frage, ob man sich der Bibel widersetzen kann, also der Bibel allein als endgültige Autorität, oder den rechtmäßigen Nachfolgern der Apostel, den Bischöfen, sondern vielmehr darum, welche von diesen zwei Systemen hat die Bestätigung von Gott, die endgültige Autorität zu sein. Nun werde ich den Versuch starten, euch die apostolische Nachfolge und das Lärm der Kirche zu erklären. Aus meiner eigenen Erfahrung und wegen mir selbst kann ich sagen, dass vielen die apostolische Sukzession überhaupt nicht bekannt ist, also vielen Evangelikalen. Deshalb hoffe ich und bete ich, dass diese Präsentation für dich ein Segen sein wird, damit du verstehst, dass es auch eine Alternative zu Sola Scriptura gibt und dass diese Alternative von den Christen schon immer geglaubt wurde. Beginnen wir bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Was denkt ihr, hat Jesus Christus damals die jüdische Kirche, also zu seiner Zeit, anerkannt? Hatte sie anerkannt? Hatte sie verachtet? War Jesus ein Rebell, der sich gegen alles aufgelehnt hat? Nein, das war er nicht. Jesus hat, wie ich euch zeigen werde, die göttliche Autorität der damaligen jüdischen Kirche anerkannt. Weil er aber auch der Herr dieser Kirche ist, hat er das Recht, sie neu zu ordnen und auch wiederherzustellen. Hier könnte man fragen, warum sollte Jesus überhaupt die jüdische Kirche neu ordnen oder wiederherstellen? Warum? Weil die jüdischen Führer, die eine bestimmte Autorität hatten, sich Jesus widersetzt haben. Somit werden Lehr-, Hirten- und Priesteramt, welches in Jesus gegründet sind, auf die Apostel übertragen. Die Apostel wiederum übertragen ihre Autorität an ihre Nachfolger, das sind die Bischöfe. Petrus als der Felsen ist der Hauptverwalter der Kirche Jesu. Beginnen wir mit Punkt 1. In Matthäus 23, 1-3 steht, Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach. Auf Mose Lehrstuhl, also sein Kathedra, daher kommt das auch, wenn der Papst Ex-Kathedra spricht, haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Hier sehen wir nun, dass es einen Lehrstuhl von Mose gibt. Dieser wird von Jesus Christus anerkannt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet. Diese Stelle sind wir auch in Teil 1 durchgegangen und da habe ich euch etwas vorgelesen von Peter Fiedler, ein katholischer Theologe, wo er eben aufzeigt, Jesus tut ihre Autorität anerkennen und viele Kommentatoren, die eben dafür suchen, so eine Lücke zu finden, dass es gar nicht so gemeint sein kann, wie er auch hier dann aufzählt, sie täuschen sich, sie irren sich. Heute habe ich Gerhard Meyer dabei. Gerhard Meyer ist ein bekannter, konservativer Theologe, ein sauberer Exeget und folgendes schreibt er zu dieser Stelle in seinem Matthäus-Kommentar. In Vers 2 trifft Jesus eine knappe, aber inhaltlich weitreichende Feststellung. Auf Moses Lehrstuhl sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Fiedler, also er meint hier Fiedler, warum bei Kommentatoren, wenn sie einen Kommentar schreiben, müssen sie sich ja auch mit anderen Kommentatoren auseinandersetzen, ja, keiner beginnt bei Null. Er sagt hier, Fiedler verweist auf die große Verlegenheit, die viele christliche Kommentatoren angesichts dieser Feststellung empfinden und nennt verschiedene Auswege, mit dieser Verlegenheit fertig zu werden. Matthäus wollte den Bruch mit der jüdischen Gemeinde vermeiden, B. Matthäus meine damit nur das, was die Bibel sagt, C. Matthäus überlieferet nur weiter, was seine Tradition sagt und D. Die Imperative in Vers 5 seien ironisch oder konzessiv, also Jesus würde quasi die Vergesäer verspotten, er meint das gar nicht so, wenn er sagt, tut, was ihr euch sagen und haltet. Meier hier ist einfach in Übereinstimmung mit Fiedler und folgendes schreibt er jetzt noch, hier in rot markiert, dabei hätte es doch Matthäus am einfachsten gehabt, wenn er Vers 2 einfach weggelassen und wie Markus und Lukas nur von den Schriftgelehrten gewarnt hätte. Matthäus hätte hier diese Stelle, wo er sagt, alles nun, was ihr euch sagen, tut und haltet, einfach weglassen können. Tut er aber nicht. Meier schreibt weiter, Moses war der Führer und menschliche Gesetzgeber Israels beim Auszug aus Ägypten. Josephus, also ein jüdischer Historiker, beschreibt ihn als einen Mann, der alle Menschen, die jemals lebten, einen Verstand übertraf, als Feldherr, nur von wenigen erreicht wurde und als Prophet niemand seinesgleichen fand. Nach J. Jeremias war er für das Spätjudentum die wichtigste Gestalt der ganzen bisherigen Heilsgeschichte. Auf ihn geht sowohl die schriftliche wie die mündliche Tradition zurück. Ja, die Juden hatten eine schriftliche und mündliche Tradition, wie auch die Kirche es hat. Man sieht dies am besten an den Sprüchen der Väter, die der Talmud überliefert und die wie folgt beginnen. Mose empfing die Tora auf dem Sinai, überlieferte sie Joshua, Joshua den Ältesten, die Ältesten den Propheten und die Propheten überlieferten sie den Männern der großen Synagoge. Danach folgt die autoritative Reihe der rabbinischen Gelehrten. Wenn Jesus sagt, auf Moses Lehrstuhl sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ist dies in vollkommenster Übereinstimmung mit den Sprüchen der Väter. Das heißt, Jesus hier war in vollkommener Übereinstimmung mit seiner jüdischen Tradition, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer die Autorität besitzen, Dinge auszulegen für das Volk. Jesus hat dies anerkannt. Mayer schreibt weiter, wir bewegen uns mit dieser Auslegung, also in der Auslegung, dass Jesus die Pharisäer anerkannt hat, ihre Autorität, wir bewegen uns mit dieser Auslegung in der Nähe der frühen Lehrer der Kirche, die einerseits betonen, dass die Schriftgelehrten wirklich das Gesetz, das von Moses gegeben wurde, lehrten, die Renäos zum Beispiel hier, andererseits von der rechtmäßigen Amtswürde der Schriftgelehrten ausgenehmt, Johannes Chrysostomus und Augustinus. Wenn also Fiedler hier schreibt, dass Jesus die Autorität der Pharisäer anerkennt, wie auch Maya oder auch die katholische Kirche, dann ist man in Übereinstimmung mit Kirchenvätern wie Irenaeus, Chrysostomus und Augustinus, also von 2. bis 5. Jahrhundert. Dann habe ich noch was Interessantes von D.A. Carlson gefunden. D.A. Carlson hat mich auch sehr geprägt damals in meiner evangelikalen Zeit. Ich respektiere und schätze ihn sehr. Er schreibt folgendes, diese Führer, also die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sitzen auf dem Sitz des Mose. Sukenik, also ein anderer Gelehrter, hat gezeigt, dass Synagogen einen steinernen Sitz an der Vorderseite hatten, auf dem der maßgebliche Lehrer, gewöhnlich ein Grammatheus, ein Lehrer des Gesetzes, saß. Es gab also eine Person und er hatte auch diese Autorität inne, die Schriften verbindlich auszulegen. Außerdem bedeutet auf dem Sitz von X sitzen oft X nachfolgen. Carlson verweist hier noch auf einige Bibelstellen hin, aber die könnt ihr dann selber nachschreiben. Dies würde bedeuten, dass die Gesetzeslehrer die Rechtsnachfolger des Mose sind und seine ganze Autorität besitzen. Die Schriftgelehrten, weil sie eben auf dem Stuhl Mose saßen, haben sie seine Autorität bekommen und das haben sie auch selber vertreten. Das heißt, sie waren in seiner autoritativen Nachfolge. Carlson schreibt weiter, eine Ansicht, die die Schriftgelehrten selbst vertraten. Jetzt schreibt er weiter, dennoch gibt es keinen überzeugenden Beweis dafür, dass dieser Sitz im ersten Jahrhundert tatsächlich als Stuhl des Mose bezeichnet wurde. Er sagt, es gibt keinen überzeugenden Beweis, dass dieser Stuhl auch wirklich so genannt wurde, nämlich Stuhl Mose. Es geht um den Namen, ob dieser Stuhl wirklich auch Stuhl des Mose hieß, ob er so bezeichnet wurde. Zusammenfassung, die Gesetzeslehrer waren die rechtmäßigen Amtsträger und Nachfolger Mose. Sie hatten die Autorität, die schriftliche sowie mündliche Tradition auszulegen und Jesus hat ihre Autorität anerkannt und für verbindlich gehalten. So, diese Verwalter nun, diese Führer nun, verlieren ihr Amt durch ihre Untreue. Das Gleichnis von den Weingärtnern hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte. Also der Weinberg ist Israel. Dieser ist von Gott gepflanzt. Und einen Zaun darum setzte und eine Kelte darin grub und einen Turm baute und er verpachtete ihn an Weingärtner. Das heißt, diese Weingärtner sind von Gott eingesetzt, sie haben eine gewisse Autorität und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie. Diese Knechte könnten auch die Propheten sein aus dem A.T. Oder auch zum Beispiel ein Johannes der Täufer. Einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte mehr als die ersten und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn, wer das ist, brauche ich glaube ich nicht zu sagen, in dem er sagte, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lass uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Beinberg hinaus und töteten ihn. Wir wissen alle ganz klar, dass Jesus hier von seiner Kreuzigung spricht, die in naher Zukunft auch geschehen wird. In Vers 43 sagt dann Jesus, deswegen sage ich euch, nun haben wir die Konsequenz für diese Tat, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Die Verwalter nun, nämlich die jüdischen Führer hier, verbunden mit dem Volk Israel, verlieren nun durch ihre Untreue ihr Amt und dieses wird weggenommen von ihnen und an jemand anderes weitergegeben. Die zwölf Apostel werden zu den neuen Führern und Verwaltern der Kirche. Matthäus 19, Vers 28, Das heißt, die Jünger hier haben hier Autorität, ein Thron ist verbunden mit Autorität und sie stehen hier über die zwölf Stämme und richten diese. Aber dieser Vers, wie viele Ausleger auch feststellen, ist ihm jetzt und noch nicht auszulegen. Das heißt, diese Realität ist schon da, weil das Reich Gottes ist eben angekommen, wird aber vollendet sein dann im neuen Jerusalem, im himmlischen Jerusalem. Lukas 12, 41 bis 42, Petrus aber sprach zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihr die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Also Jesus beantwortet hier Petrus eine Frage in einer rhetorischen Antwort, nämlich ja, ihr seid die neuen Verwalter. Deswegen bezeichnen die Apostel auch sich als die neuen Verwalter. Dafür halte man uns, wir Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Römer 1, Vers 5, Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. 2. Korinther 5, Vers 20, So sind wir nun Gesandte an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Hier haben wir die Zwölf, sie rufen eine Menge herbei und sie sind diejenigen, die wen einsetzen? Die Akone. Hier unten, Vers 3, heißt es, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Die Apostel können dies auch tun, weil sie ausgesandt wurden von Jesus. Jesus sprachen und wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Johannes 20, Vers 21, Vers 23, Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihn behalten. Dies nenne ich mal Autorität. Wer euch hört, hört mich, und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Also auf die Apostel nicht zu hören, sich ihnen einfach widersetzen, würde bedeuten, sich Jesus Christus zu widersetzen und auch dem Vater. Autorität, Autorität, Autorität. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es ist ganz wichtig, die Apostel aufzunehmen, um Jesus Christus selber aufzunehmen. Petrus ist der Hauptverwalter der Kirche Jesu und ich weiß, wenn viele Evangelikale das hören, dann kommt gleich diese Sirene, ah, Papstum, 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 kann nicht sein, kann nicht sein. Und hier muss man sagen, man scheint ein Problem mit einem Mann an der Spitze zu haben, aber wenn wir einfach ehrlich sind und einfach in die Schrift hineinschauen, sehen wir, dass Gott so etwas in der Vergangenheit gemacht hat? Sehen wir in der Bibel, dass Gott schon im A.T. einzelne Männer an eine Spitze gesetzt hat? Fangen wir bei Adam an. Adam ist der Repräsentant der ganzen Menschheit. Wir sehen doch die Patriarchen im Alten Testament, einzelne Männer an der Spitze, Israel mit bestimmten Königen und wo es sogar heißt im Richter, dass wenn ein König oder jemand an der Spitze nicht vorhanden war wie ein Richter oder ein König, dann jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Abraham, der Patriarch Israels, Mose, der Führer Israels, Mose sogar, der seine Leitungsrolle weitergibt an Joshua. Wie wichtig es für Gott ist, dass ein Mann an der Spitze ist, das ist Gott gewollt. Diese Pyramidenstruktur ist nicht zu übersehen in der Schrift. Struktur und Ordnung verbunden mit Autorität. Ein hoher Priester hat nicht dieselbe Rolle wie ein Priester. Ein Priester tut nicht dasselbe wie ein Levit. Es gibt Ordnung überall in der Bibel, im A.T. Und genauso auch wird diese Struktur ins Neue Testament übertragen. Matthäus 18, Vers 18 Wahrlich, ich sage euch, also euch, den Aposteln, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Also hier sehen wir ganz klar, alle Apostel haben diese Autorität bekommen. Und dennoch hatte Petrus hier eine besondere Stellung, weil nur über ihn heißt es im Singular, nur über ihn, dass er die Macht hat. Hier, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du, du Petrus, auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Matthäus 16, Vers 17 bis 19. Ich werde mich jetzt hier nicht nochmal mit der Felsenthematik beschäftigen, die haben wir in Teil 1 behandelt, aber ich möchte hier etwas zu den Schlüsseln des Reiches sagen. Und hierzu möchte ich euch etwas vorlesen von einem Kommentatoren, nämlich Grant R. Osborne, ein Protestant. Er schreibt folgendes. Von den Toren geht Jesus zu den Schlüsseln, die die Tore öffnen. Außerdem bewegt sich das Bild von der Unterwelt zum himmlischen Bereich. Schlüssel symbolisierten in der antiken Welt den Zugang zur Macht und die Fähigkeit, die Türen zu den himmlischen Reichen zu öffnen. Der Besitz von Schlüsseln bedeutet also erhebliche Autorität. In Jesaja 22, 20 bis 22 wird El-Jakim zum obersten Hausverwalter Hiskias und erhält den Schlüssel zum Hause Davids. Was er öffnet, kann niemand verschließen. Und was er schließt, kann niemand öffnen. Und so steht es tatsächlich dort in Jesaja 22. Wie ich vorhin auch gesagt habe, dieses Prinzip, dass es einen Mann an der Spitze gibt, findet sich im Alten Testament, wird auch im NT übertragen. Und hier diese Stelle, die Osborne hier angibt, Jesaja 22, 20, hier sehen wir sogar diese Sukzession, nämlich dass El-Jakim hier eingesetzt wird zum obersten Hausverwalter. Und so wird auch Petrus eingesetzt zum obersten Verwalter der Kirche von Jesus Christus. Osborne schreibt weiter, in diesem Sinne wird Petrus hier zum Hauptverwalter der neuen Königreichsgemeinschaft. Und das ist das Mindeste, was du als Evangelikaler oder Protestant akzeptieren musst, ist nämlich folgendes, unabhängig davon jetzt, ob du das Papstum annimmst oder nicht. Petrus ist der Hauptverwalter der Kirche Jesu, genauso wie El-Jakim eingesetzt wurde, um der Hauptverwalter und die Schlüssel Davids bekommen hat. Die nächste Frage ist dann nun, ob diese Autorität heute noch da ist oder nicht, oder ob sie einfach nur in der Schrift allein fortgeführt wird. Osborne schreibt hier weiter und ich werde jetzt hier nicht alles vorlesen, aber er sagt hier, mit Christus ist das Reich auf eine neue Weise in diese Welt eingetreten, siehe 3,2 und Petrus, der mit der Kirche identifiziert wird, übt seine Autorität aus. Curtis Mitchie und Edward III, das sind katholische Kommentatoren, sie schreiben folgendes, dann verspricht Jesus, Petrus, die Schlüssel des Himmelreichs anzuvertrauen. Die Erwähnung von Schlüsseln in Verbindung mit einem Königreich hat ihre Grundlage wiederum in den davidischen Traditionen des Alten Testaments. Während des größten Teils der monarchischen Periode war der Besitzer der Schlüssel der oberste Verwalter des Königreichs Davids. Er war der oberste Beamte, der unter dem König die mächtige Regierungsposition in Israel innehatte. Wir sind eingeladen, Petrus in diesem Sinne zu sehen, denn die Aussage, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein, ist eine Anspielung auf Jehemis wieder, Jesaja 22,22. Dort kündigt der Prophet an, dass der Schlüssel des Hauses David von den Händen eines königlichen Verwalters Sheba auf seinen Nachfolger El-Jakim übergehen wird. Von El-Jakim heißt es, wenn er öffnet, wird niemand schließen, wenn er schließt, wird niemand öffnen. Auch Petrus wird als oberster Verwalter des Reiches eingesetzt werden, aber er wird kein Regierungsamt unter einem irdischen Staat zu überhaupt haben, stattdessen wird er zum Premierminister der universalen Kirche unter dem davidischen Messias ernannt. Da das Amt des obersten Verwalters in Israel von einer Reihe von Nachfolgern bekleidet wurde, liegt die Vermutung nahe, dass die Autorität des Petrus ebenfalls für Nachfolger bestimmt ist. In anderen Worten, genau wie in Jesaja 22,22, auf was Matthäus hier sich bezieht, dort die Autorität weitergegeben wird, so kann man Schluss folgern, dass auch die Autorität, die Petrus hier bekommen hat, weitergereicht wird. Zusammenfassung Die Verwalter der jüdischen Kirche verlieren durch ihre Untreue ihr Amt und ihre Autorität über das Reich Gottes. Jesus überträgt die Verwaltung der Kirche auf die zwölf Apostel mit Petrus als Hauptverwalter unter Christus. Die Parallele zu El-Jakim Jesaja 22,22 deutet auf eine beständige Nachfolge, also Sukzession in dem Amt Petri. Und jetzt kommen wir zu der 1-Millionen-Euro-Frage, wenn man so will, und zwar, ob diese Autorität, die die jüdische Kirche hatte, und auch verloren hat, die übertragen wurde an die Apostel, ob diese Autorität weitergeführt wird in den Bischöfen. Und mit dieser Nachfolge oder Sukzession werden wir uns nun intensiver beschäftigen. Um sie vielleicht erstmal nur oberflächlich zu verstehen, bevor wir zur biblischen und historischen Grundlage kommen, muss man wissen, die apostolische Sukzession ist die Linie der Abischöfe, die bis zu den Aposteln zurückreicht. Diese Bischöfe bewahren die apostolische Tradition, sie haben die Autorität, das Wort Gottes, also schriftlich und mündlich zu lehren. Durch sie wird der Rechte, also der orthodoxe Glaube bewahrt und zur Bewahrung gehört auch, die irrlehrende Heretiker zu widerlegen. Diese Nachfolge bilden zusammen mit dem Papst die Führung der Kirche. Biblische Grundlage erstmal für den Bischof an sich, vielleicht kann er nicht sagen, bischof, bischof, bischof kenne ich nicht und ich weiß so als Evangelikaler kann man manchmal mit diesem Wort einfach gar nichts anfangen. Wo ist die biblische Grundlage für dieses Wort überhaupt? Bischof kommt hier einfach vom griechischen Episkopos und dieses findet sich zum Beispiel in den ersten Petrus 2, 25. Wenn ihr zum Beispiel in ältere Übersetzungen schaut, wie auch in der Luther 15, 45, dann wird an dieser Stelle wahrscheinlich Bischof stehen oder auch fast an allen diesen Stellen, die ich euch jetzt zeigen werde. Titus 1, 7, Philippa 1, 1, das sind Timotheus 3, 1, Apostelgeschichte 20, 28. Hier ist auch sehr interessant zu lesen, dass es der Heilige Geist, nämlich Gott selbst ist, der die Bischöfe hier eingesetzt hat. Mit dem Ziel und Zweck, die ganze Herde, also die Kirche, zu hüten. Gerhard Mayer, dieser protestantische Theologe, den ich euch vorhin vorgestellt habe, schreibt, dass es um 95 nach Christus längst Bischöfe gegeben hat, zeigen und dann folgende Stellen. Das waren die Stellen, die wir uns gerade durchgelesen haben. Dann kommen wir zur biblischen Grundlage für die Sukzession, also für die Nachfolge. Warum die Pastoralbriefe? Ich finde es interessant, dass zum Beispiel 2. Timotheus 3, 16 immer angeführt wird, um Sola Scriptura zu belegen. Problem ist nur, dass wenn wir uns den Kontext der Pastoralbriefe schauen, dass dies einfach nicht gelehrt wird, sondern eine apostolische Sukzession. Paulus selbst hatte ja Timotheus und ein Titus eingesetzt und diese nun sollen für Paulus andere Männer einsetzen. 2. Timotheus 1, also gehen wir mal zum Kontext hier. Paulus schreibt folgendes zu Timotheus. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Das heißt eine mündliche Tradition, die Timotheus kannte. 2. Timotheus 2, 1-2. Du nun mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört, ja was er gehört hat, das ist die apostolische Verkündigung, die apostolische Tradition, was Timotheus gehört hat, nicht was er gelesen hat. Das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Und hier haben wir so eine Grundlage für die Sukzession. Timotheus wurde von Paulus eingesetzt und er soll treu in dem sein, was er gehört hat. Natürlich soll er auch mit den Schriften treu umgehen, aber was ganz wichtig ist für Paulus, er muss Timotheus sagen, dass Timotheus treue Menschen einsetzt, die auch wiederum tüchtig sein werden, andere einzusetzen und auch andere zu lehren. So sehen wir, dass wir nicht einfach bei 2. Timotheus 3, 16 stehen bleiben können und daraus irgendwie so das Scriptura zu belegen, weil der Kontext uns lehrt, dass Paulus es für ganz wichtig gehalten hat, dass er als treue Männer eingesetzt werden. Robert W. Yarbrough schreibt dazu folgendes, also ein Protestant, durchgehend, da alle Verse der Pastoralbriefe an die Leiter der Kirchen gerichtet sind, die nach paulinischem Verständnis den einen Leib Christi bilden. Das heißt, die Leiter der Kirche bilden zusammen den einen Leib Christi, die Kirche. Siehe auch 1. Timotheus 2, der den Gottesdienst der Gemeinde regelt, 1. Timotheus 3, schon mal alles ist geregelt, sauber verbunden mit Autorität. 1. Timotheus 3 und Titus 1, die Normen für Gemeindeleiter aufstellen. 1. Timotheus 4 mit Anweisungen für das Verhalten von Gemeindegliedern. 1. Timotheus 5, der Ratschläge für den Dienst an verschiedenen Gruppen in der Gemeinde gibt. 1. Timotheus 6, der zusammenfasst, wie Timotheus bewahren soll, was seiner Sorge anvertraut worden ist. Vers 20, nämlich die Gemeinde und ihre Leitung. Die heilige katholische Kirche ist in den Pastoralbriefen allgegenwärtig als Hauptgegenstand der Sorge des Paulus. Für Paulus ist es ganz wichtig, dass diese eine wahre Kirche bestehen bleibt, dass sie nicht zersplittert wird, dass nicht Irrlehren reinkommen, dass nicht jeder macht, was er will. Paulus hat im Sinne, dass es eine Kirche gibt. Deswegen kann Paulus auch schreiben, 1. Timotheus 3, 14 bis 15. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Jetzt verstehen wir auch, warum das für Paulus so wichtig ist, an diese Leiter das zu schreiben und dass sie auch wiederum andere einsetzen, weil die Gemeinde, die Kirche, sie ist die Säule und Fundament der Wahrheit. Und diese Kirche hat die Führung des Geistes, sie hat die apostolische Sukzession und diese wird bewahrt werden. Und das weiß Paulus. Und deswegen ist es für ihn so wichtig, dass treue Männer eingesetzt werden, damit die Wahrheit bestehen bleibt und verteidigt wird gegen alle Irrlehren und Heretiker. Ich erinnere uns alle hier an Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist die Kirche, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist, er führt und leitet die Kirche. Denken wir an die Stelle vorhin, die wir gelesen hatten, Apostelgeschichte 20, 28. Der Heilige Geist, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, hat die Bischöfe eingesetzt als Hüter und Herde der Kirche Christi. Und somit ist es auch wichtig, dass dieses Amt weitergereicht wird. Zurück zu 2. Timotheus 1, 6. Hier sagt Paulus was ganz Wichtiges für uns. Aus diesem Grund erinnere ich dich, also Timotheus, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Und das muss man jetzt wirklich verstehen. Du hast es auch in vielen evangelikalen Gemeinden, zum Beispiel ein Missionar wird hinausgesandt, er geht nach vorne, die Ältesten legen die Hände auf ihn, manchmal auch die ganze Gemeinde oder auch der Diakon und man betet für diese Person. Aber dennoch ist es mehr etwas, wie soll man sagen, etwas Symbolisches. Die wenigsten glauben, dass da irgendwie was übertragen wird, irgendwas passiert, aber man segnet ihn. Aber wenn wir hier über das Auflegen der Hände reden, hier in 2. Timotheus 1, 6, da müssen wir verstehen, hier geht es um die Übertragung von etwas. Etwas wird wirklich tatsächlich weitergereicht. Und das werde ich euch jetzt belegen. Joshua, aber der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr der Mose geboten hatte. Mose wurde von Gott beauftragt, bekam von Gott Autorität. Mose nun erreicht diese Autorität weiter an Joshua und dieser Autorität hat man zu gehorchen, wie es hier heißt. Und die Söhne Israel taten so. Wenn also nun der Paulus, den Timotheus, die Hände aufgelegt hat, dann hatte er ihn eingesetzt in ein bestimmtes Amt und ihm die Autorität auch gegeben, dieses zu vollführen. Er ist in Timotheus 5, 22, die Hände lege niemals schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst rein. Wenn diesen Hände auflegen einfach nichts passieren würde, dann müsste doch Paulus hier nicht sagen, lege doch niemanden die Hände schnell auf, Timotheus. Das heißt, hier wird etwas geschehen, jemand wird eingesetzt in ein Amt und das muss man sehr vorsichtig rangehen, Timotheus. Das musst du sehr vorsichtig machen, Timotheus. Yarbrough schreibt hier unten in 1. Timotheus 5, 22, dient es als Kurzform, also das Hände auflegen, für die Beauftragung neuer Leiter durch Timotheus. Dann gehen wir zu Titus. Was soll er machen? Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, Titus, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Das heißt, Titus hier hatte eine gewisse Autorität von Paulus. Er sollte Dinge hier in Ordnung bringen. Er hatte die Autorität dazu, als Einzelperson, als Leiter Dinge in Ordnung zu bringen. Und außerdem sollte er Älteste einsetzen, wie Paulus ihn geboten hatte. Ganz wichtig, er soll Bischöfe einsetzen. Yarbrough schreibt dazu folgendes, in jedem Fall war die Qualität der Führung, die für Jesus, der sich in die 12 begab, um den administrativen Kern der christlichen Bewegung zu bilden, ein offensichtliches Anliegen war, in der kirchlichen und missionarischen Sichtweise des Paulus, nicht weniger entscheidend. Das, was er hier sagt, genauso wie es für Jesus Christus wichtig war, eine gute Führung zu haben, mit einer guten Qualität und auch Leute einzusetzen, genauso war das auch für Paulus wichtig. Es schreibt weiter, Titus soll geeignete Personen ausfindig machen und einsetzen. Die Organisation hat ihren Platz beim Aufbau des Reiches Gottes, aber Tugenden, die dem Wesen Gottes entsprechen, haben Vorrang. Er schreibt weiter, ernennen hat nicht denselben stark kirchlichen Beiklang wie unser Wort ordinieren. Aber das Wort, das mit ernennen übersetzt wird, bedeutet oft in die Verantwortung nehmen, die Hauptverantwortung übertragen, Apostelgeschichte 6,3, wo es um die Aufgaben geht, die den Tischdienern übertragen wurden, also den Diakonen, oder in ein hohes und heiliges Amt setzen. Ordinieren ist vielleicht keine völlig unpassende Beschreibung dessen, was Paulus Titus aufträgt, je nachdem, was in der heutigen Zeit unter ordinieren verstanden wird, was die Annahmen und Praktiken der neutestamentlichen Zeit widerspiegeln mag oder nicht. Jetzt sagt er folgendes, dennoch ist Titus dafür zuständig, anderen die Verantwortung zu übertragen. Und das nennt sich apostolische Sukzession. Und so werdet ihr feststellen, dass alles, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, diese Frage der Autoritäten, diese Anerkennung der Autoritäten, diese Übertragung der Autoritäten, genauso verstanden und anerkannt wurde von den Kirchenvätern von der frühen Kirche und auch genauso praktiziert wurde. Wenn ihr euch an Teil 1 erinnert, dann hatten wir ja festgestellt, dass Sola Scriptura in der frühen Kirche nicht praktiziert wurde, auch nicht von Jesus und den Aposteln. Und so kann auch die Schrift allein gar nicht die endgültige Autorität gewesen sein. Nun bekommt ihr, wenn man so will, die Alternative. Wo war die Autorität, die wahre Autorität und wie wurden Streitfragen gelöst? Was war wichtig für die ersten Christen? Was war wichtig für die Männer, die die Trinität definiert haben, die Trinität verteidigt haben, für sie gestorben sind, für die Gottheit Jesu gestorben sind und die Wahrheit festgehalten haben? Was war für diese Männer wichtig? Beginnen wir mit Jane D. Kelly, ein protestantischer Historiker. Er schreibt folgendes, doch wo war dieses apostolische Zeugnis oder diese Tradition in der Praxis zu finden? Es war nicht mehr möglich, auf persönliche Erinnerungen der Apostel zurückzugreifen, wie es Papiers und frühere Autoren getan hatten. Die naheliegendste Antwort war, dass die Apostel es mündlich an die Kirche weitergegeben hatten, wo es von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und was hier gemeint ist, das hatten wir vorhin schon gesehen, was sagt Paulus zu Timotheus? Sagt er, Timotheus, merke dir das, was ich geschrieben habe. Nein, er sagt, merke dir das, was du gehört hast von mir, Timotheus. Was du von mir, einem Apostel von Jesus Christus, gehört hast, merke dir das. Das nennen wir apostolische Tradition. Natürlich auch die Schriften, diese gehören auch dazu, Schrift, aber auch mündliche Offenbarung. Irenaeus glaubte, dass dies der Fall war und erklärte, dass die Kirche die von den Aposteln übernommene Tradition bewahrte und sie an ihre Kinder weitergab. Es handelte sich seiner Meinung nach um eine lebendige Tradition, die im Prinzip unabhängig von schriftlichen Dokumenten war und er verwies auf barbarische Stämme, die diesen Glauben ohne Briefe empfangen haben. Im Gegensatz zu der angeblich geheimen Tradition der Gnostiker sei sie völlig öffentlich und offen, da sie von den Aposteln, ihren Nachfolgern und von diesen wiederum ihren Nachfolgern anvertraut worden sei und in der Kirche für alle sichtbar sei, die danach suchen wollten. Das heißt, die apostolische Tradition war sichtbar in der Kirche. Es war kein geheimes Wissen wie bei den Gnostikern, man wusste ganz genau, wer von wem kommt. Kelly schreibt weiter, Irenaeus führt zwei weitere Punkte an. Erstens wird die Identität der mündlichen Überlieferung mit der ursprünglichen Offenbarung durch die ununterbrochene Sukzession der Bischöfe in den großen Bischofssitzen garantiert, die in direkter Linie auf die Apostel zurückgehen. Das heißt, es gab hier bestimmte Bischofssitze und hier konnte man diese Sukzession, also ihre Nachfolge zurückverfolgen bis zu den Aposteln, sagt uns Irenaeus hier. Zweitens wird eine zusätzliche Sicherheit durch den Heiligen Geist geboten, denn die Botschaft wurde der Kirche übergeben und die Kirche ist der Sitz des Geistes. Ich wiederhole nochmal, die Kirche ist der Sitz des Geistes. Die Bischöfe der Kirche sind seiner Ansicht nach vom Geist begnadete Männer, denen ein unfehlbares Charisma der Wahrheit verliehen wurde. Irenaeus von Lyon, von dem G. N. D. Kelly hier schreibt, hat um das Jahr 180 rum gelebt. Dann kommen wir zu Clemens von Rom. Clemens von Rom ist ein apostolischer Vater, also ein Kirchenvater, der Kontakt mit den Aposteln hatte. In seinem Fall war es Petrus. Clemens war auch der dritte Bischof von Rom. Also um 97 nach Christus rum schreibt er folgendes über die Apostel. Und so predigten sie durch Länder und Städte und ernannten die Erstlinge, nachdem sie sie zuvor durch den Geist geprüft hatten, zu Bischöfen und Diakonen derer, die später glauben sollten. Das war auch nichts Neues, denn es wurde schon viele Zeitalter zuvor über Bischöfe und Diakone geschrieben. Auch unsere Apostel wussten durch unseren Herrn Jesus Christus, dass es wegen des Bischofsamtes Streit geben würde. Deshalb haben sie, also weil die Apostel wussten, es wird Streit geben um das Bischofsamt, haben sie was getan. Deshalb haben sie, da sie dies vollkommen vorausgesehen hatten, die bereits erwähnten Amtsträger eingesetzt und danach angewiesen. Was haben die Apostel angewiesen? Dass, wenn diese einschlafen, andere bewährte Männer ihre Nachfolge antreten sollten. Dann kommen wir wieder zu Irenaeus von Lyon. Er schreibt, es liegt in der Macht aller, in jeder Kirche, die die Wahrheit sehen wollen, die Überlieferung der Apostel, die sich in der ganzen Welt manifestiert hat, klar zu betrachten. Und jetzt ist es wichtig. Und wir sind in der Lage, diejenigen aufzuzählen, die von den Aposteln zu Bischöfen in den Kirchen eingesetzt wurden. Ich wiederhole nochmal. Irenaeus von Lyon, der dafür bekannt war, die Gnostiker zu widerlegen, schreibt folgendes. Es war, wir sind in der Lage, diejenigen aufzuzählen, die von den Aposteln zu Bischöfen in den Kirchen eingesetzt wurden. Also ganz klare apostolische Sukzession. Er schreibt weiter, da es aber sehr mühsam wäre, die Sukzessionen aller Kirchen aufzuzählen, verwirren wir all jene, die sich auf irgendeine Weise, sei es aus böser Selbstgefälligkeit, aus Eitelkeit oder aus Verblendung und verkehrter Meinung in nicht genehmigten Versammlungen zusammenfinden. Also es gibt hier nicht genehmigte Versammlungen, indem wir auf die von den Aposteln stammende Überlieferung der sehr großen, sehr alten und allgemein bekannten Kirche hinweisen, die von den beiden herrlichsten Aposteln Petrus und Paulus in Rom gegründet und organisiert wurde. Auch den den Menschen verkündeten Glauben, der durch die Sukzession der Bischöfe bis in unsere Zeit überliefert ist. Denn es ist notwendig, dass jede Kirche mit dieser Kirche übereinstimmt. Und er meint sie die Kirche von Rom, weil sie die höchste Autorität hat. Das heißt, die Gläubigen überall, weil die apostolische Überlieferung ununterbrochen von jenen gläubigen Männern bewahrt worden ist, die überall existieren. Schreibt hier Irenaeus von Lyon. Es ist Pflicht, den Presbytern in der Kirche zu gehorchen, die, wie ich gezeigt habe, die Sukzession von den Aposteln besitzen, die zusammen mit der Sukzession des Episkopats, also des einen Bischofsamtes, nach dem Wohlgefallen des Vaters die sichere Gabe der Wahrheit empfangen haben. Es ist aber auch geboten, andere zu verdächtigen, die von der ursprünglichen Sukzession abweichen. In anderen Worten, kannst du deine Sukzession nicht weisen zu den Aposteln? Ja, dann hast du ein Problem. Und sich an irgendeinem Ort versammeln und sie entweder als Ketzer mit verkehrtem Geist oder als aufgeblasene und selbstgefällige Schismatiker oder als Heuchler zu betrachten, die um des Geldes und der Eitelkeit willen so handeln, denn all diese sind von der Wahrheit abgefallen. Wahres Wissen besteht in der Lehre der Apostel und der uralten Verfassung der Kirche, in der ganzen Welt und der unverwechselbaren Manifestation des Leibes Christi, gemäß der Sukzession der Bischöfe, also der Nachfolge der Bischöfe, durch die sie die Kirche überliefert haben, die überall existiert. Tertullian von Carthago um 200 rum schreibt, wenn es aber einige Heresien, also Irrlehren gibt, die so kühn sind, sich mitten in das apostolische Zeitalter einzupflanzen, damit sie dadurch den Anschein erwecken, von den Aposteln überliefert worden zu sein, weil sie zur Zeit der Apostel existierten, so können wir sagen, sie sollen die ursprünglichen Aufzeichnungen ihrer Kirchen vorlegen, sie sollen die Liste ihrer Bischöfe aufschlagen, die von Anfang an in der Reihenfolge der Bischöfe geführt wird, so dass sie einen der Apostel oder einen apostolischen Mann als ihren Ordinarus und Vorgänger ausweisen können. Einen Mann, der zudem mit den Aposteln standhaft geblieben ist. Denn dies ist die Art und Weise, wie die apostolische Kirchen ihre Register überliefern, wie die Kirche von Smyrna, die berichtet, dass Polycarp von Johannes in dieses Amt eingesetzt wurde, wie auch die Kirche von Rom, die angibt, dass Clemens von Petrus geweiht worden ist. In gleicher Weise stellen auch die anderen Kirchen ihrer verschiedenen Würdenträger aus, die sie als Überbringer des apostolischen Samens betrachten, weil sie von Aposteln in ihre Bischöfsämter eingesetzt wurden. Lass die Heretiker etwas in der gleichen Art erfinden. Du kannst zu deinem Pastor hingehen und ihn fragen, wer hat dich eingesetzt in dein Amt? Nicht mal zum Pastor, bist du Teil einer Kirche, ob das die Sieben-Tages- Adventisten-Kirche ist oder der Baptistenbund oder wie auch immer. Wer hat euch eingesetzt? Könnt ihr eure Nachfolge beweisen zurück zu den Aposteln durch die Sukzession? Könnt ihr das? Könnt sie nicht. Und deswegen gibt es kein Grund, einfach kein Grund, Protestant zu sein. Zyperan schreibt weiter, die Kirche ist eine und da sie eine ist, kann sie nicht zugleich innen und außen sein. Denn wenn sie bei Novartian ist, waren sie nicht bei Cornelius. Wenn sie bei Cornelius war, der dem Bischof Fabian durch rechtmäßige Weihe nachfolgte und den der Herr neben der Ehre des Priesteramtes auch mit dem Matherium verherrlicht hat, so ist Novartian nicht in der Kirche, auch kann er nicht als Bischof gerechnet werden, der daher niemanden nachfolgte und die evangelische und apostolische Tradition verachtete. Aus sich selbst hervorgehen. Das heißt, aus sich selbst hervorgehen mit der Bibel, das ist nicht die apostolische Sukzession, denn du hast keine Autorität, das zu tun. Denn wer nicht in der Kirche geweiht worden ist, kann die Kirche weder haben noch in irgendeiner Weise zu ihr stehen. Da haben wir hier Hieronymus, werde ich jetzt nicht vorlesen, aus zeitlichen Gründen, aber doch gerne noch etwas von Augustinus und dann fassen wir zusammen. Augustinus. Augustinus schreibt hier unten, die Zustimmung der Völker und Nationen hält mich in der Kirche, ebenso ihre Autorität. Augustinus sagt hier, die Autorität der Kirche hält mich in ihr, die durch Wunder begründet, durch die Hoffnung genährt, durch die Liebe vergrößert und durch das Alte gefestigt wurde. Wenn wir also sagen, ich glaube an die eine heilige, katholische, apostolische Kirche, dann ist das damit gemeint, dass du diese Sukzession hattest, die zurückzuführen ist bis zu den Aposteln. Und deswegen kann Augustinus hier sagen, diese Kirche, sie hat die Autorität. Und deswegen glaube ich hier, weil das ist die wahre Kirche. Augustinus schreibt weiter, die Abfolge der Priester bewahrt mich, angefangen vom Sitz des Apostels Petrus, angefangen vom Sitz des Apostels Petrus, dem der Herr nach seiner Auferstehung die Aufgabe übertrug, seine Schafe zu weiden, bis hin zum gegenwärtigen Episkopat, also Bischofsamt. Das gilt auch für den Namen katholisch, den die Kirche nicht ohne Grund inmitten so vieler Irrlehren beibehalten hat, sodass, obwohl alle Heretiker Katholiken genannt werden wollen, kein Heretiker, wenn ein Fremder fragt, wo sich die katholische Kirche versammelt, es wagen wird, auf seine eigene Kapelle oder sein Haus zu zeigen. Und jetzt frage ich dich, geh zu deinen Pastor oder zu deiner Gemeindeorganisation, zu dem Bund, wer auch immer da ist und frage ihn, seid ihr die wahre Kirche, die Jesus Christus gegründet hat? Ist die Brüdergemeinde eure Brüderorganisation, der ein Verein ist, ist das diese Kirche, die Christus gegründet hat? Ist der Baptistenbund die Kirche, die Jesus Christus gegründet hat? Seid ihr die wahre Kirche? Geh mal fragen. Sie können es nicht bekennen, allein aus historischen Gründen ist dies unmöglich, weil diese Gruppierungen alle im 15., 16. oder 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert und sogar später entstanden sind. Zusammenfassung. Die Apostel haben ihre Autorität an ihre Nachfolge, die Bischöfe, übertragen. Diese wurden als Hüter der Kirche und als autoritative Ausleger des Wortes Gottes schriftlich und mündlich eingesetzt. Durch sie wird die apostolische Tradition weitergeführt. Ihre Einsetzung ist unter der Führung des Heiligen Geistes und die Garantie, dass das Evangelium von den geweihten Hirten nicht verdorben, entstellt oder missverstanden wird. Für Männer wie Clemens, Hegesippus, Irenaeus, Tertullian, Cyprian, Hieronymus und Augustinus war die apostolische Sukzession entscheidend, um Teil der wahren Kirche zu sein. Keine nachweisbare Sukzession bedeutete, nicht Teil der Kirche Christi zu sein. Dann kommen wir zum dritten ökumenischen Konzil, nämlich das Konzil von Ephesus. Das Konzil hat sich mit der Irrlehre von Historikus beschäftigt, nämlich die Lehre, dass Christi, göttliche und menschliche Natur unverbunden sind und damit dann eben auch Maria nicht mehr die Mutter Gottes ist, aber es ist jetzt auch ein anderes Thema. Jedenfalls das Konzil ist wichtig für uns, weil hier werden zwei Dinge belegt. Einmal die apostolische Sukzession, diese wird hier belegt und auch eben etwas zum Papsttum, was ich euch auch noch vorlesen werde. Hier haben wir nämlich Kirill, den Patriarch von Alexandria und er hat hier Nestorius, diesen Bischof von Konstantinopel, beschuldigt der Ketzerei. Bei wem? Bei Papst Colestino. Ich werde hier jetzt nicht alles vorlesen, weil es einfach schon den zeitlichen Rahmen sprengt. Ihr könnt das tun, aber dennoch hier das, was in rot markiert ist. Hier unten heißt es, lasst uns also all ihre Arbeit übernehmen, also die der Apostel, denn wir sind die Nachfolger in ihrer Ehre und wir zeigen unseren Fleiß, indem wir dieselben Lehren predigen, die sie gelehrt haben, denen wir nach der Ermahnung des Apostels nichts hinzufügen dürfen. Denn das Amt, das was uns anvertraut ist, zu bewahren, ist nicht weniger würdig, als das es zu überliefern. Hier unten heißt es dann, wir müssen uns also gemeinsam bemühen, den Glauben zu bewahren, der durch die apostolische Sukzession auf uns gekommen ist. Das heißt, diese Bischöfe hier, die hier versammelt waren, ich denke es waren circa 200, haben hier es für ganz wichtig gehalten, dieses Amt, welches sie per Sukzession bekommen haben, zu bewahren und weiterzuführen. Dann lesen wir weiter hier. Philippus, Prisbyter und Legat des Apostolischen Stuhls sagte, wir danken der heiligen und ehrwürdigen Synode, dass als euch den heiligen Gliedern die Schriften unseres heiligen und seligen Papstes durch unsere oder eure heiligen Stimmen vorgelesen wurden, ihr euch auch durch euren heiligen Beifall mit dem heiligen Haupt verbunden habt. Und jetzt wird es interessant. Das schreibt jetzt Philippus hier, denn eure Seligkeit verkennt nicht, dass das Haupt des ganzen Glaubens das Haupt der Apostel, des seligen Apostels Petrus ist. In anderen Worten, allen war bekannt, hier damals, dass das Haupt der Kirche Petrus ist und sein Amt fortgeführt wird im Papsttum. Weiter heißt es, Philippus, der Prisbyter und Legat des Apostolischen Stuhls sagte, es besteht kein Zweifel und es ist in der Tat in allen Zeitaltern bekannt gewesen, dass der heilige und selige Petrus, Fürst und Haupt der Apostel, Säule des Glaubens und Fundament der katholischen Kirche, die Schlüssel des Reiches von unseren Herrn Jesus Christus, dem Retter und Erlöser des Menschengeschlechts empfangen hat und dass ihm die Macht gegeben wurde, Sünden zu lösen und zu binden, der bis auf den heutigen Tag und für immer in seinen Nachfolgern lebt und richtet. Drei Dinge sind hier zu beobachten. Erstmal, hier wird kein Widerspruch eingereicht. Es war von allen anerkannt. Zweitens, Petrus ist der Hauptverwalter der Kirche Christi und sein Amt wird weitergeführt, also per apostolische Sukzession in seinen Nachfolgern. In perfekter Übereinstimmung mit Lumen Gentium 8, hier heißt es, dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine heilige, katholische und apostolische bekennen und das ist auch, was es bedeutet, apostolisch zu sein. Das heißt, wenn wir bekennen, wir sind die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, dann bekennen wir damit, wir haben die Sukzession, die zurückführt zu den Zeiten der Apostel. Sie zu beiden hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung, den Petrus, übertragen, Johannes 21, 17. Ihm und den übrigen Aposteln hatte ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut. Für immer hatte sie als Säule und Fester der Wahrheit errichtet, das ist in Timotheus 3, 15. Diese Kirche in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. So können wir nun feststellen, dass die apostolische Sukzession viel tiefere Wurzeln hat, sowohl historische als auch biblische und diese eigentlich die richtige christliche Lehre der Autorität ist. Das heißt nicht Sola Scriptura, die Schrift allein als endgültige Autorität, sondern die Kirche Christi, gegründet von ihm, die Apostel haben Autorität bekommen, übertragen sie weiter und dieses Amt wird fortgeführt heute noch. Durch diese autoritativen Ämter leitet der Heilige Geist seine Kirche. Zum Abschluss will ich noch eine Sache sagen, damit man einfach versteht, um was es hier geht. Die ganze Thematik hier jetzt mit Sola Scriptura oder auch dem Lehramt der Kirche ist alles eine Autoritätssache. Wer hat die Autorität, das Wort Gottes schriftlich und mündlich verbindlich zu lehren? Wenn wir also als katholische Apologeten zum Beispiel Sola Scriptura in Angriff nehmen oder den Protestantismus in Angriff nehmen, dann tun wir das, um euch zu belegen, dass dieses Autoritätsprinzip, nämlich Sola Scriptura, nicht funktioniert. Und deshalb ist es so wichtig, diese beide Systeme, das war für mich entscheidend, zu stellen und sie zu vergleichen. Und man wird ganz klar verstellen, dass Sola Scriptura als Fundament und Säule der Kirche, als endgültige Autorität nicht funktioniert und zum Scheitern verurteilt ist, wie es auch schon längst bewiesen hat. Deswegen meine Einladung an euch. Legt die Traditionen ab, die menschlichen Traditionen von Sola Scriptura, Sola Fide und all diese reformatorischen Prinzipien, die total unbiblisch sind. Kommt zur Kirche. Kommt zur heiligen, apostolischen, katholischen Kirche, die Jesus Christus gegründet hat. Kommt zu ihr. Such ein Gespräch. Schreib uns. Kontaktiere uns. Wir wollen mit dir reden. Wir haben keine Angst. Legt deine Traditionen ab. Kommt zur Kirche Christi. Möge Gott dich segnen. Wir sehen uns.